Der Juwo hilft mir, meinen Alltag leichter zu gestalten und mobil zu sein. Durch den Juwo und durch die Federung, das Fahren viel leichter. Mit dem Juwo bin ich jetzt ein Fan der Berge geworden und wir fahren einmal mehr in Allgäu. Der Elektrorollstuhl hat eine Selbstbestimmtheit ermöglicht. Hat mir ein super tolles Gefühl gegeben. Untertitelung des ZDF, 2020